Hi, ich bin Simone Bred-Morathi und begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Blogs Vertrieb ohne Kalterquise. Heute geht es um die Frage, was ist Vertriebsmarketing? Vertriebsmarketing ist besonders für mittelständische Unternehmen relevant, weil es macht Marketing effizient und wirklich vertrieblich messbar. Das Besondere ist, dass Vertrieb und Marketing während des gesamten Prozesses gemeinsam an einem Tisch sitzen und die vertriebliche Ansprache und die vertriebliche Zielsetzung gemeinsam planen. Die Aufgaben im Vertriebsmarketing habe ich Ihnen hier einmal angeschrieben. Es startet mit der Zielgruppenanalyse anhand eines Personaprofils. Das ist deshalb so wichtig, weil wir im Marketing wissen wollen, wie tickt diese Zielgruppe eigentlich, die wir ansprechen. Und dieses Wissen liegt meistens schon im Vertrieb. Das Tolle am Vertriebsmarketing ist, dass dieses Wissen, was ja schon da ist, ins Marketing kommt. Und das ist immens wichtig, weil wir dadurch Kampagnen entwickeln können, die wirklich bei Ihren Zielkunden ankommen und die Ihre Zielkunden dazu bringen, mit Ihnen aktiv in Kontakt zu treten. Das ist das Tolle und der zweite große Nutzen am Vertriebsmarketing, denn dadurch wird Kalterkrise überflüssig. Der zweite Schritt ist die Definition von Vertriebszielen, denn wir wollen schon vor der Kampagne wissen, wie viele neue Kunden wir dadurch gewinnen wollen und wie viele neue Verkaufschancen wir platzieren wollen. Und das ist deshalb so wichtig, dass auch Marketing weiß, wo der Vertrieb hin möchte, denn nur so können wir auch während der Kampagne messen, wie nah oder wie weit entfernt wir von den Zielen sind und wir können daraus direkt Handlungen und Maßnahmen ableiten, die uns dahin bringen. Die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Marketing führt zu Vertriebstools, also zum Beispiel Sales Pages im Internet, die eingehende Anfragen kanalisieren oder Gesprächsleitfäden, die dem Vertrieb den Einstieg erleichtern. Die Krönungen sind natürlich Vertriebskampagnen, denn mit Vertriebskampagnen können Sie in einem überschaubaren Zeitraum einen solchen Handlungsdruck bei Ihrer Zielgruppe aufbauen, dass diese aktiv auf Sie zukommen. Ich zeige Ihnen hier mal eine Vorlage, mit der wir hier bei den Eskimos mit Kühlschränken arbeiten, um Kampagnen zu entwickeln. Wenn Sie das interessiert, dann schicken Sie mir gerne eine E-Mail, dann schicke ich Ihnen die zu. Auf dieser Vorlage geht es darum, dass Vertrieb und Marketing jeweils Ihr Know-how mit reingeben und eine gemeinsame Arbeitsgrundlage haben, an der sich eben alle orientieren können. Und das ist, gerade wenn eine Kampagne zwei, drei Monate dauert, natürlich extrem wichtig und erfolgsentscheidend. Auf der Vorlage sehen Sie zum Beispiel die Zielsetzung oder eine genaue Zielgruppendefinition, genauso wie, was sind eigentlich die wichtigsten Pains Ihrer Kunden und was sind unsere Argumente. Die letzte wichtige Aufgabe ist der Lead-Management-Prozess. Das heißt, Sie wollen schon im Vorfeld definieren, an welcher Stelle der warme Lead vom Marketing an den Vertrieb übergeben wird. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Vertriebsmarketing wirklich die einzige Maßnahme ist, die sich vertrieblich messen lässt und die Kalterquise überflüssig macht. Sie wollen das auch? Dann schreiben Sie mir eine E-Mail an sbm.eskimosmitkühlschränken.de. Schreiben Sie mir, was Sie erreichen wollen und schreiben Sie mir vor allen Dingen, was Sie gerade davon abhält. Ich bin Simone Brett-Morati, Gründerin der Agentur Eskimos mit Kühlschränken. Wir sind spezialisiert auf Vertriebsmarketing und Vertriebskampagnen. Unsere Kampagnen sorgen ja regelmäßig dafür, dass unsere Kunden Verkaufschancen im Wert von mehreren 100.000 Euro erzielen, die es ohne uns nicht gäbe. Ich freue mich auf Ihre E-Mail und wir freuen uns aufs Verkaufen mit Ihnen.